Ich bin der Marcel Morawanski, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Solingen. Ich bin Bundesfreiwilligendienstler beim Solinger Sportbund. Ich bin in einem Tandemprinzip tätig, das heißt ein Deutscher mit einem Geflüchteten zusammen in einem Team. Mein Teampartner ist der Sayed, der kommt aus Afghanistan, ist 30 Jahre alt und der macht im Verein überwiegend mit mir Kindertouren und auch Tequanso mit den etwas Kleineren. Also mich beeindruckt vor allem, er hat noch nie vorher in Afghanistan eine Schule besucht, er ist in Deutschland hier und trotzdem schafft er es irgendwie, allen Leuten, mit denen er zusammen ist, seine Gedanken beizubringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017